Heho, Freunde! Was geht's? Moinsen! Wir sind hier wieder bei Wobbly Live! Ja, eine Runde Wobbly Live. So, was machen wir heute? Wir werden heute den Pizza-Job noch mal machen und das geheime Alien finden. Wir wollen heute das Alien finden? Ja! Oh Bratz, okay. Dann das Alien. Okay, wir hatten ja schon mal Videos gesehen, wo man irgendwie glaubt, dass das Alien irgendwann zufällig kommt. Ja. Tut es aber gar nicht. Nein. Und zwar, wann kommt das Alien? Es gibt nämlich irgendwo eine Uhr und da ist ein Pizza, das ist irgendwo drauf. Genau. Und um diese Uhrzeit kriegt man das Alien. Also man muss den Pizza-Job nach 12 Uhr Mitternacht machen. Jetzt haben wir das natürlich gerade mal 8 Uhr morgens. Aber wir zeigen euch jetzt erstmal die Uhr, ne? Ja. Wo der geheime Hinweis ist, wann der... Aber Wobbly Live geht eine Stunde, eine Minute. Okay. So, nimmst mich mit. Und eine Minute, eine Sekunde. Dann fahren wir jetzt erstmal zu der Uhr. Rasch hin. Juhu. Didi-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh mein Gott. Ich habe sogar schon meine... Aua. Meine Pizza ruht schon auf. So, da ist die Uhr. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man nämlich bei 12 Uhr ein Pizzastück. Ja. So, und das heißt, dass wir um 12 Uhr nachts, also ab 12 Uhr nachts, zum Pizza-Heinz müssen. Und eine Pizza ausliefern. Und dann kommt nämlich das alte UFO und dann müssen wir das verfolgen, bis wir dem Alien seine lecker, lecker, lecker Pizza bringen. Ganz genau. So, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen warten. Es ist nämlich gerade mal 9 Uhr morgens. Die Sonne scheint. So, jetzt überlegen wir uns mal, was wir mit der Zeit machen. Eine Ewigkeit später. Er kriegt voll mich in die Fresse. Zwölf Sekunden später. So, Leute. Da sind wir wieder. Da, jetzt ist es so ziemlich... Oh, genau, Punkt 12. Da jetzt. Da, auf der Pizza. Jetzt werden wir... Ab zum Pizzamann. Mit dem Auto. Los. Warte, 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 warte. Und los geht's. So, wenn wir jetzt den Pizza-Auftrag annehmen, dann sollte der... Alien-Job kommen, ne? Wir haben hier schon mal ein Auto bereitgestellt. So, komm schnell. Los geht's. Ich sollte er nehmen. So, und jetzt versuchen wir ja den Pizza-Job mit Alien. So, nimm mal an. Du fährst, ja? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. So, 10 Minuten Zeit. Die Musik ist so geil. Oh, jetzt nimmt er die Pizza mit. Komm her. So, los geht's. Wir haben aber 10 Minuten Zeit dafür. Genau, also die Musik ändert sich. Ich hüpfe hin. Oh, warte. Ring rein. Ring rein, Bro. So, los geht's. Oh, die Pizza, ich hab dich hier draußen. Warte mal. Da ist es. Oh mein Gott. Da ist ein Ufo. Ist das Ufo schon da? Komm her, Junge. Ah ja, Alter. Liga, das fliegt weg. Genau, jetzt müssen wir immer dem alten Strahl hinterher. Der macht es uns nämlich nicht einfach, ihm die Pizza zu bringen. Deswegen haben wir auch 9 Minuten Zeit. So, fahr nicht so chaotisch hier. Ich halte mich hier ganz bequem fest hinten. Wir müssen chaotisch fahren. Wir müssen dem Alien die Pizza bringen. 10 Minuten ist schon voll locker, oder? Ja. Wir haben das schon ganz so. Es fliegt immer weiter, ey. Eigentlich will er die Pizza gar nicht haben, hab ich das Gefühl. Genau. Haut einfach nur ab. Na, ich glaube, er lockt uns aus der Stadt raus, damit keiner ihn sieht. Ja. Aber einige haben ihn ja schon gesehen. Das Alien, die Alien, die Alien, oder der Alien? Äh, keine Ahnung. Das Alien. Na, der Alien. Das heißt, der Alien. So. Nicht das Alien. War vorsichtig. Ich halte die Pizza. Mann, dieser Baum, wer hat den da hingefatzt? Was ist die Pizza noch warm? Ja, kratzt sich mal so. Und jetzt, achte, nicht zu chaotisch, ey. Was war das denn? Oh mein Gott, ein Heli ist explodiert. Wie ist der Heli explodiert? Ey, du! Zer civilismus und haupte jours-lautisch, ist der植? Zer Euh. Ja, 한 reader wird aufgesaugt! ELS так! Allerer ist aber nicht so friedlich deriniere, ne? Der sprengt die Sachen rum. Und macht, und draht auch Sachen. Mit seinem Laser! Der Mach die ganze Stadt kaputt, alles nur für eine Pizza! Er bekommt belly Lust. aber ich habe es hier doch weiter mach er noch mehr kaputt jetzt Bro warte aber warum ist jetzt der Heli explodiert weil es so ist das Auto so ich dachte der hat geschossen warum die Eljen ja was will ich weil ich habe eine Eljenkanone keine Ahnung jetzt mit Dreh und dann muss ich Junge Bro was machst du hier wir einen einfach zwei mit Motorrad ja das sind die Zeugen die Eljen sind ich bin gerade zum Labor geflogen so nach sieben Minuten die flogen allein mit ihrem Motorrad sind wir schon gleich da ich glaube wir sind da das Eljen oh mach langsam mal langsam das Eljen bewegt sich ja gar nicht mehr aha jetzt wartet jetzt auf die Pizza so halt mal an jetzt hier wir laufen da her wir haben genug Zeit und das gibt die Pizza ja wir beide bringen die Pizza komm mal hier komm mal hier hoch so warte guck mal nach oben da ist er wink mal zu dem Eljen warte 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 lauf nicht weiter wieso läuft er ich hab losgelassen so weiter geht's komm jetzt hören wir uns den Kram wenn er noch länger warten muss dann halt fest warte 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 der läuft hier so alleine ach so wegen dem Eis Ja, ja, er rutscht. So, der Alien, nimm uns mit. Nimm uns mit, Bro! Müssen wir loslassen? Ach, wir müssen hoch mit ihm, oder was? Beide schafft er nicht. Wir sind zu fett. Lass los! Beide schafft er nicht. Ich mach es denn! Das ist aber ein komischer Strahl, wenn er nicht mal zwei Leute hochschafft. So, los, du schaffst das. Drei... Alter, und weg ist er. Alien-Outfit und ein Ohr vor! Das sind 40 Dollar, meine. Wie viel? Warte, 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 warte. Wie viel? Wieso nur eins? Meine. Die andere Kuh hat der Alien mitgenommen, oder was? Ja, okay. Okay. So, siehst du, da haben wir das Alien-Outfit. Los, wollen wir in Bobbahn fahren? Bobbahn? Wo ist die Bobbahn? Hier. Komm mit unserem Geld, die Feier des Tages. Auf dem Geld rutschen wir runter, oder was? Alter, hier, was ist mit dem Bob? Ich rutsche auf dem Geld und du mit dem Dings. Ach, hier ist sogar ein Bob. War der immer schon da? Ja, auf die Plätze werde ich los. Warte, ich will da rein. Ich will da rein mit dem Bob. Wir machen alle selbst dran. Du mit Bob, ich mit Geld. Auf die Plätze werde ich los. Los geht's! Ich fahr. Ich fahr. Ey, fällt aber langsam hier. Eigentlich will ich ein bisschen Schwung holen, oder was? Muss ich das selber machen hier? Ich denke, der rutscht schon alleine. Nein, das Geld! Das Geld haut ab! Alter, ich will ein guter Bob fahren hier. Hau ab! Das Geld haut ab! Warte! Warte, Bro! Ich kann nicht stoppen! Ich kann nicht stoppen! Was geht? Was ist hier K.O. drin? Was ist hier K.O. drin? Weil ich muss... Nein, ich fahr auf! Ich fahr aber voll langsam. Nein! Weil er schläft hier in dem Ding. Er wird immer schneller. Ich hab das Geld. Au! Ja, okay, so. Das ist mein Geld. Ich hab das bekommen, weil ich auch alles gemacht habe. So. Du musst gefahren. Ich hab die Pizza warm gehalten. Ja, mit deinem Hintern. So, wollen wir jetzt noch das Alien-Outfit zeigen noch schnell, oder was? Ja, aber wie? Wo müssen wir denn hin? Oh je, wir kapern das Auto. Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ihr Schweine! Ja, ja, bleib stehen! Bleib stehen! Bleib, nein! Er bremst! Alle! Haben mich verarscht hier! Er bremst! Ja, echt! So, hinten rein! Warte, ich kann besser fahren als du. Kannst du überhaupt keinen... Lass dich mal Führerschein machen. Warte jetzt auf mich. So, los geht's! Ich hab den besten Führerschein ever. Du hast keinen Führerschein. Du weißt, wie du fährst? Du fährst sonst immer in den Abgrund. Aber warum Pinkels? Wir sind keine Mädchen. Wir haben das Elien. Jetzt gibst du das Geld ja ab. Mein Geld. Mein Elien. Mein Elien. Mein Geld Elien. Aber warum haben wir nur ein Paket? Der hat ja Elien jetzt die 40 mitgenommen oder was? Weil der war so schnell weg. Der hat eine Pizza gekriegt und 40 Dollar. Aber dafür du nicht. Ja, ich hab dafür nix. Ich hab weder sonst gearbeitet. Aber dafür hab ich ein cooles Outfit, glaub ich. Ne, ich hab auch ein ganzes Outfit. Und den kostet Geld zurück. Mann. So, 40 Kröten. Wie viel Geld hab ich gemacht? Zwei. 599. Ich hab vorhin noch mein Auto. Ich hab 700. Noch mein Auto angemalt. Ich hab 724. Auto anmalen kostet so viel. Das fand ich recht teuer. Juhu! So, ab zur Umkleide. Wir können uns ein Haus hier kaufen. Wir haben auch ein Haus hier? Nein. Ich hab keinen Haus. Ich will gar kein Haus hier. Die Ränder haben wir nur hinterher. So, wo können wir uns umziehen? Äh, halt, stopp, 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 stopp. Waren wir schon im Kino das Geschenk nun? Ja. Okay. Dann komm ich wieder ran. Lass uns bei mir in der Butze umziehen. In deiner Butze umziehen, okay. Meine Wohnung ist eh viel schöner, weil ich hab einen Balkon. Dann kriegen wir auf die Welt da auch einen Untersprung. So. Dahinten ist unser Lippin. So, wo war meine Bude? War das hier? Ja. Vielleicht die erste, ne? Meine ist oben. Zieh ich doch mal um, du an. So. Alter, echt? So. Und jetzt das Elchending. Ah, ja, ja, ja. Ach, der Kopf war das. Okay, hallo. So. Oh mein Gott. Wir leben! Äh, gibt's da keinen Oberteil für? Doch. Ja. Ich bin... Welches ist denn das Alien-Oberteil? Ach, das Jetpack-Teil hier, ne? Ach, bin ich blöd. Ja, geil. So. Wie krass siehst du aus? So, Leute, wir können los. Gann dir mal. Hallo. Lass mich mal raus hier. Hau ab, Mann. Du bist aber noch nackt. Lika, ich hab ein Jetpack. Ja, wir haben das Jetpack jetzt dazu. Das ist doch das Alien-Oberteil. So, alles klar. Dann komm mal her, hier zu mir. Warte. Ich möchte mir einen Kopf. Mit dem Kopfhauten. Denn der Alien-Kopf. Ganz einfach. Ja. So, das ist nämlich hier dieser richtig coole... Die Boots gehören nicht dazu. Die haben wir separat geholt, ne? Mhm. Aber das sind die Pizza-fressenden Aliens. So sehen sie aus. Oh. Der hat auch meine 40 Dollar geklaut. Aber gut. So, stell ich mal daneben. So, Leute, das war's für heute. Wir haben den Pizza-Job-Ali nicht. Das gerne. Erfolgreich. Hallo, du vieräugiger. Dreiäugiger. Dreiäugiger. Drei sind's nur. So, Leute, dann war's das. Hoffentlich hat's euch gefallen. Lasst mal ein Abo da. Und ein Leiter. Alles klar. Ciao. Ciao.